Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um ganz kleine Fotos, die verlustfrei ganz groß werden sollen. Das verspricht zumindest die Software Gigapixel von Topaz. Ich habe mir für euch die 14-tägige Testversion mal heruntergeladen und auf Herz und Nieren geprüft. Was die Software kann, für wen sie geeignet ist und ob sie tatsächlich das liefert, was sie verspricht auf der Website, das schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Warum sollte ich meine Fotos jetzt überhaupt vergrößern wollen, mag der eine oder andere jetzt denken. Denn wenn wir uns mal unsere Fotos, egal in welcher Auflösung, auf dem heimischen PC anschauen, dann sind sie selbst in einer kleinen Auflösung auf 100% Vergrößerung ja bildfüllend. Ich blende euch hier mal ein Foto ein von diesem Kessen-Pinguin. Der ist jetzt bildfüllend. Sieht schon gar nicht schlecht aus, das Bild, oder? Ja, aber soll ich euch mal was verraten? Dieses Bild ist sehr, sehr klein. Es hat nämlich lediglich eine Kantenlänge von 1000 Pixel hochkant mal quer 660 Pixel. Das heißt, es ist sehr klein. Wenn wir das jetzt ausdrucken, obwohl es ja auf dem Bildschirm sehr groß aussieht und zwar bildfüllend, wisst ihr, wie groß das dann ist? Ich habe es mal ausgedruckt und zwar in 300 dpi auf hundertfacher Vergrößerung, da werdet ihr staunen. Denn was dabei rauskommt, ist dieses Foto hier. Das ist eher so Bewerbungsfotogröße. Das kommt dabei raus, wenn ihr ein Bild in 100% Größe auf 1000 x 666 Pixel oder vielleicht mögen es auch 64 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, ausdruckt. Das heißt, was vermeintlich auf dem Bildschirm natürlich sehr groß wirkt, ist im Ausdruck ja nur noch sehr klein. Das kann natürlich ein Problem sein. Gerade, wenn du jetzt zum Beispiel in der Tierfotografie unterwegs bist. Alle, die schon mal Tiere fotografiert haben, die wissen, dein Tele kann noch so groß sein. Das Tier ist sowieso immer zu weit weg. Das heißt, du machst was? Ja, du schneidest dir dein Bild nachher zurecht. Du hast ja viel Bildinformation, um zum Beispiel dein Tier, was du fotografiert hast, wenn es sehr weit weg ist, die brauchst du aber nicht auf ein Foto. Du möchtest ja nur das Tier drauf haben. Das Tier ist knackscharf, das Foto ist super. Du schneidest es jetzt also zusammen, wählst nur einen kleinen Bildausschnitt. Ja, dann werden ruckzuck mal aus deinen 30 Megapixel, die das ursprüngliche Bild zum Beispiel hat, vielleicht nur noch 5 Megapixel oder 4 Megapixel, weil du ja nur noch einen kleinen Bildausschnitt hast. Und wenn du den dann ausdrucken möchtest, dann hast du dieses Problem hier. Auch ein Reichen bei Stockagenturen ist ein Problem. Die wollen eine Mindest-Megapixel-Größe haben. Schneidest du das zurecht, fällst du da drunter, dann hast du ein Problem. Anderes Beispiel, ihr fotografiert den Mond. Auch ganz klassisch. Viele denken ja immer, Mensch, super, aber da brauchst du einen Riesentele. Hast du das nicht, hast du einen großen Bildausschnitt, ja, den musst du zurechtschneiden. Und was hast du dann, wenn du das zum Beispiel ausdruckst? Dann hast du den Mond und zwar so groß. Tja, all das sind zum Beispiel Beispiele, warum es nötig sein könnte, ein Bild in der Auflösung zu vergrößern. Wir könnten jetzt natürlich eins machen. Wir könnten dieses Bild nehmen und wir könnten es in der Drucksoftware skalieren. Zum Beispiel auf A4 oder auf A3. Aber was haben wir dann? Dann haben wir einen Haufen Matsch. Da ist nämlich von diesen schönen, kleinen Details, ist da nämlich nicht mehr viel zu sehen. Das ist das größte Problem, wenn wir ein kleines Bild mit einer kleinen Auflösung haben. Jetzt bin ich, als ich die Software, die Noise AI für euch getestet habe von Topaz, die ich mir mittlerweile auch gekauft habe und tatsächlich alle meine Landschaftsfotos da durchjagen, weil das Ergebnis schon genial ist, natürlich auch auf eine andere Software gestoßen, die auch von der Firma angeboten wird. Auch hier großer Vorteil, 14 Tage Testzeitraum. Und den habe ich genutzt und habe mir die Software Gigapixel von Topaz jetzt nochmal heruntergeladen und sie mir angesehen. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Ich bin vom Ergebnis tatsächlich mega beeindruckt. Warum? Das zeige ich euch mal anhand dieses kleinen Fotos. Und dann sehen wir uns wieder und ich zeige euch mal im Verhältnis, was ihr daraus machen könnt. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber mal in der Praxis an. Dafür habe ich euch Gigapixel AI in der kostenlosen Testversion hier einmal geöffnet. Ihr könnt die Software 14 Tage völlig kostenlos testen und habt auch keinerlei Einschränkungen, zum Beispiel beim Export, dass ihr ein Wasserzeichen oder ähnliches auf eurem Foto vorfindet. Im Gegenteil, ihr habt sogar noch einige Testfotos mit dabei. Da könnt ihr das Ganze schon mal ein bisschen ausprobieren und vielleicht schon mal schauen, ja ist das was oder nicht. Ich vertraue natürlich nicht den Testfotos, sondern ich möchte mein eigenes Foto importieren. Das machen wir auch. Und zwar haben wir hier unseren Pinguin. Jetzt seht ihr, die Software lädt mein Foto und sie bearbeitet es hier unten schon in dem Bereich. Wir machen uns das Ganze mal ein bisschen größer, damit ihr nochmal den Vergleich auch habt und auch noch mal die Gegenüberstellung. Was ich gerade sagte, dass ein Bild natürlich mit kleiner Auflösung am PC trotzdem groß wirkt. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, dann ist das Bild füllend. Na klar, das sieht gut aus, obwohl das Foto nur, ihr seht hier unten, 1000 x 667 Pixel hat. Grundlegend könnte man denken, ja super, das kann ich doch jetzt super groß ausdrucken. Aber das wäre tatsächlich nur Bewerbungsfotogröße, wenn wir das so eins zu eins ausdrucken. Das heißt, wir müssten unser Foto, wenn wir es zum Beispiel auf A3 drucken wollen, wir müssen es vergrößern. Und das kann ja Gigapixel. Also ihr Lieben, welche Einstellungsmöglichkeiten haben wir? Wir haben auf der rechten Seite die Möglichkeit auszuwählen, ob wir das Ganze skalieren wollen oder ob wir die Größe, die finale Größe, selber eingeben wollen. Wir bleiben mal beim Skalieren. Dann seht ihr hier, wir haben voreingestellte Werte. Ihr könnt es 0,5-fach vergrößern, 2-fach, 4-fach oder 6-fach. Damit wäre euer Foto dann 600 mal so groß, wie es vorher war. Die finale Größe wäre dann 6000 x 4000 Pixel. Im Gegenzug zum Grundfoto, was ja nur 1000 x 667 Pixel hat. Tja, aber wo ist jetzt der Unterschied? Schauen wir uns erst mal an, was passiert, wenn wir mal ein bisschen reinzoomen in unser Foto. Da sehen wir dann nämlich ganz deutlich, wo das Problem bei der geringen Auflösung liegt. Es ist nämlich nicht scharf, wenn wir es groß machen. Das liegt einfach an der geringen Pixelzahl, die wir haben. Aber da kriegst du eben kein scharfes Foto bei entsprechend großer Auflösung, zum Beispiel auch an einem großen Ausdruck. Jetzt können wir das Foto bearbeiten. Die Größe, die es final haben soll, haben wir ja schon ausgewählt. Das ganze 6-fach. 6400 wird es im Gegensatz zu 1000 x 667. Wir haben auch hier natürlich die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weise, je nach Ausgangsbild unser Bild überarbeiten zu lassen und entsprechend verbessern zu lassen. Wem das jetzt zu langwierig ist, alles durchzuklickern, denn tatsächlich ist es so, je nach Ausgangsbild können verschiedene Art und Weise hier ein besseres Ergebnis liefern. Können wir auch hier natürlich die 4-fach-Vorschau nutzen. Das heißt, wir klicken hier oben rauf und die Software erstellt uns vier mögliche Vorschau-Bilder mit den unterschiedlichen Überarbeitungsvarianten. Das ganze dauert einen kleinen Moment. Ihr seht, jedes Mal, wenn es grün geworden ist, ist das Bild fertig bearbeitet. Ich würde auf den ersten Blick jetzt sagen, wir nehmen einfach mal die Standard-Variante. Die klicken wir an und dann gehen wir hier in den Vorher-Nachher-Bereich. Und jetzt hat meine Software schon gerechnet und zwar mein Bild vergrößert. Und zwar seht ihr jetzt auf der rechten Seite das Ergebnis mit dem Bild, was eine Auflösung von 6000 x 4002 Pixel hat. Ja, und im Gegenzug auf der linken Seite bei gleicher Vergrößerung 1000 x 667. Ihr seht, linke Seite sehr sehr matschig und auf der rechten Seite aber ein schön geschärftes Foto. Und das Foto ist nicht nur geschärft, sondern es ist eben auch vergrößert. Und zwar auf die Größe 6000 x 4000. Auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hier rechts noch vorzunehmen, unser Bild, unser Ergebnis ein bisschen zu verfeinern, wenn es dann doch nicht so geworden ist, wie ihr es euch vielleicht doch final vorstellt. Ich bin aber grundlegend mit dem Ergebnis jetzt erstmal zufrieden, denn ich möchte euch ja zeigen, was kann die Software ohne groß eigene Einstellungen vornehmen zu müssen, nicht vorstellen zu müssen, natürlich. Also wir haben hier die Standardinformationen, die Standardeinstellungen übernommen und das ist mein Ergebnis. Jetzt exportieren wir mal dieses Foto und dann springen wir mal in Photoshop. Denn da zeige ich euch mal, wo jetzt tatsächlich der Unterschied liegt. Photoshop ist geöffnet und ich habe euch hier mal mein vergrößertes Foto mit Gigapixel geöffnet. Das Foto hat jetzt eine längste Kantenlänge von 6000 x 4000 Pixel. Wenn wir uns im Gegenzug das kleine Foto anschauen, was ja nur 1000 x 466 Pixel hat, dann wirkt es, wie schon einmal ganz gesagt, auf dem Bildschirm natürlich erstmal gar nicht groß unterschiedlich. Das Vergrößerte ist ein bisschen schärfer, wenn wir das mal so hin und her klicken, da seht ihr, ist ein bisschen unschärfer das kleine und das große hat jetzt ein bisschen mehr Schärfe. Aber ich kann sie mir beide in der gleichen Größe anschauen und das ist eben der Trugschluss, den viele haben, dass sie denken, dass eben auch eine kleine Auflösung zu einer großen Druckqualität führen könnte. Ich zeige euch hier mal den Unterschied. Und zwar haben wir jetzt hier die Version 6000 x 4000 Pixel. Und wenn wir im Gegenzug jetzt mein Foto mit 1000 x 466 Pixel reinziehen, auf der gleichen Größe, also gleiche Vergrößerung, dann ist das die 100% Größe meines Fotos mit 1000 x 466. Im Gegensatz zu dem Foto, was jetzt 6000 x 4000 Millimeter beziehungsweise Pixel Größe hat. Und dann seht ihr schon den Unterschied. Denn wenn ihr das jetzt ausdruckt, 1 zu 1, dann haben wir hier einen Ausdruck, den wir in A3 drucken können. Und im Gegenzug dazu hätten wir hier gerade mal eine Größe eines Bewerbungsfotos. Und wenn wir dieses Foto, könnte man ja jetzt auch denken, hochskalieren, sechsfach hochskalieren, dann seht ihr, was passiert. Es ist absolut pixelig. Das könnt ihr einfach nicht so groß ausdrucken. Und deshalb macht es Sinn, Fotos, die natürlich nur eine kleine Auflösung haben, aus welchem Grund auch immer, entsprechend zu vergrößern. Tja, und ich glaube, Gigapixel konnte hier definitiv bei diesem Foto richtig überzeugen. Ihr habt also gesehen, die Software leistet hier tatsächlich ganze Arbeit. Jetzt haben wir am Anfang ja gesagt, ja, auf dem Bildschirm ist es ja immer schwierig zu vergleichen. Und deswegen habe ich euch mal einen Ausdruck gemacht. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, kleine Datei, das wäre der 100% Ausdruck mit 300 dpi. Nachdem ich jetzt dieses Foto durch Topaz, durch Gigapixel gejagt habe, und ihr habt es gesehen, nur Gigapixel, konnte ich es ausdrucken. Und zwar, wisst ihr, wie groß? Ich konnte es auf A3 ausdrucken. Und zwar ohne Qualitätsverlust. Es ist ein mega scharfes Foto geworden. Und damit ihr jetzt mal den Vergleich habt, damit ihr es wirklich mal seht, wo ist denn da jetzt der Unterschied? In real, wenn ich es ausdruck, 100% Ursprungsbild. Ich kann euch das mal hier oben hören. Ist tatsächlich wie ein Passbild, ne? Und diese Größe, A3, konnte ich dann verlustfrei mit einer mega Verbesserung, es ist ein knackscharfes Foto, konnte ich dann ausdrucken. Und für alle, die jetzt sagen, er weiß, was er da jetzt wieder gezaubert hat, packe ich euch alle Fotos, das kleine, das Ursprungsbild und das daraus entstandene aus Gigapixel, als Download bei mir auf die Website. Und dann könnt ihr euch angucken, tatsächlich, wo ist der Unterschied? Das sind beides die Originaldateien, die packe ich euch zum Download rein, schreibt nochmal ein paar Wörtchen dazu, dann könnt ihr euch das runterladen und zu Hause mal anschauen. Tja, es gibt allerdings einen kleinen Bermutstropfen. Die Software ist nämlich nicht nur verdammt gut, sondern sie ist auch leider sehr kostenintensiv. Sie kostet nämlich aktuell 99 Dollar. Das ist im Grunde jetzt nicht wahnsinnig viel, aber auch nicht wahnsinnig wenig. Und die Frage ist natürlich, brauche ich das. Wenn du viel im Bereich Tierfotografie arbeitest, dann wird es wahrscheinlich ein Must-Have für dich sein. Denn du hast gesehen, du kannst aus kleinen Ausschnitten entweder deine ursprüngliche Megapixelzahl rausholen, mit der du fotografiert hast. Und zwar das Ganze einfach verlustfrei vergrößern. Und dann kannst du auch Mega-Ausdrucke daraus machen. Vielleicht hast du auch alte Dateien noch von alten digitalen Kameras, die auch damals nicht so eine große Auflösung hatten. Auch dafür ist es gut. Aber da kannst du vielleicht schon einiges im Testzeitraum mit reißen. 14 Tage hast du ja Zeit, das Ganze kostenlos zu testen. Und erst dann stehst du ja vor der Frage, ja, soll ich es jetzt kaufen oder soll ich es jetzt nicht kaufen? Und das muss im Endeffekt natürlich jeder selbst entscheiden. Ihr Lieben, schreibt mir doch mal in die Videokommentare. Habt ihr vielleicht schon einen Gigapixel AI? Nutzt ihr es schon? Für was nutzt ihr es? Nutzt es vielleicht für Tierfotografie? Ihr habt ja alte Fotos vielleicht auch damit aufgearbeitet. Und wenn ihr vielleicht überlegt, euch die Software jetzt doch zuzulegen, dann schreibt mir doch mal eure Gedanken dazu in die Videobeschreibung. Ist es euch vielleicht ein bisschen zu teuer? Oder sagt ihr, nee, also nach dem, was du gezeigt hast, vielleicht hast du die Bilder auch schon runtergeladen, sagst du jetzt, Mensch, das ist tatsächlich ja sein Geld wert. Ansonsten, wenn euch das Video und die Vorstellungen dazu mal den Praxistest gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin.